Wer Anifit kennt, weiss, der Name steht für allerbeste Qualität. Bei der Herstellung der Hunde- und Katzennahrung wird besonderen Wert auf erstklassige Rohstoffe, einen hohen Fleischanteil und keine Verwendung von Zusatz- und Lockstoffen gelegt. Dies mit dem Ziel, die Ernährungssituation der Tiere durch hochwertigste Produkte zu verbessern. Zudem beinhaltet das Anifit-Sortiment auch lustige Spielzeug, Fressnäpfe, Liegeplätze, Halsungen oder Pflegeprodukte. Die Anifit-Fachberater können ihre Arbeit mit der Liebe zum Tier verbinden. Eine Tätigkeit, die Spass macht, Abwechslung bringt und ein selbstständiges Arbeiten garantiert. Ein Herz für Tiere, ein Verkaufsflair und Freude an Menschen, das sind die besten Voraussetzungen für diesen Job. Ich könnte mir mittlerweile ein wertvolles Netzwerk aufbauen und schätze es sehr, dass ich diese Aufgabe ohne Umsatzdruck und total selbstständig ausführen kann. So macht das Arbeiten Spass. Als Anifit-Fachberater erhält man bei Schulungen das notwendige Wissen vermittelt, das zur Beratung der Kunden und zum Verkauf der Produkte benötigt wird. Der Kunde findet im Anifit-Fachberater einen Ansprechpartner für sämtliche Fragen rund um das Tier. Der Anifit-Berater kann ohne Umsatzdruck eine selbstständige Erwerbstätigkeit im Nebenamt oder gar im Hauptamt aufbauen. Und Anifit weiss, mit seiner Top-Nahrung einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden von Hunden und Katzen leisten zu können. Die Vorteile sind eine selbstständige Zeiteinteilung, ein schrittweiser Gang in die Selbstständigkeit, ein leistungsabhängiger Top-Verdienst ohne Umsatzdruck, ein attraktives Firmenauto-Programm und ein Incentive-Programm mit interessanten Trainings und exklusiven Reisen. Anifit vertreibt seine Produkte nicht im Supermarkt, denn sie sind ausschliesslich über Fachberater im Direktvertrieb erhältlich. Von diesem Modell profitieren alle Beteiligten. Das Anifit-Unternehmenskonzept stellt für Sie eine einzigartige Gelegenheit dar, langfristig einen gesunden Vertrieb im Tiernahrungsbereich aufzubauen. Das qualitativ höchststehende Produkt garantiert Ihnen, dass Sie sich einzig auf die Kundengewinnung und Kundenbetreuung konzentrieren können. Die unternehmerischen Risiken werden von Anifit übernommen. Es wird kein Startkapital benötigt und Nahrungsmittelproben werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Je mehr Umsatz gemacht wird, desto höher die Provision. Nun, egal ob Sie einen Nebenverdienst oder eine Vollzeitbeschäftigung anstreben, Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen. Ich liebe Tiere über alles und habe schon immer eine selbstständige Arbeit gesucht. Jetzt habe ich mein eigenes Geschäft. Das ist mit Sicherheit ein Grund, warum ich mich entschieden habe, Anifit-Beraterin zu werden. Aber auch der Kontakt zu Menschen und das unabhängige Arbeiten fasziniert mich sehr. Und zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass es meinen Tieren mit Anifit-Produkten sehr gut geht. Das Anifit-Team freut sich auf Sie. Melden Sie sich bei uns, damit wir Ihnen noch mehr über diesen interessanten Job erzählen können. Melden Sie sich bei uns, damit wir Ihnen noch mehr über diesen Job einsetzen. Melden Sie sich bei uns, damit wir Ihnen noch mehr über diesen Job erzählen können. Melden Sie sich bei uns, damit wir Ihnen noch mehr über dennoch ein Verhältnis machen. Vielen Dank.